1979, from Belgium, number 97, number 79, von den Pugl, und auch er, ausgeschieden, he is not able to finish his first run. Und wir sind bereits bei den Niederlanden und sehen einen Dividanten im Weltkampf. Jürgen van Rooy, die Startung 80, erstes, Weltkampfwetter. Und da muss er gleich kräftig kämpfen, aber vielleicht klappt er so. Hält sich hier tapfer in Kost bei seinem Weltkampfgebüt? The third official race in World Cup for Jürgen van Rooy. Hey, the guy from the Netherlands, and he already finished. Ladies, 51. Und jetzt ist nur noch sieben Stadten.